Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft natürlich weiterhin mit der Nervensäge typisch. Juhu! Bist du was? ALT DIE SCHNAUZE! Ja Leute, Andi, was steht an? Äh, ja ich werde ein bisschen Loch machen gehen. Du willst ein Loch machen gehen, du Drecksau? Ja, ich stopfe Löcher an, ich mache Löcher. Ich werde, wenn du hochkommst, du siehst es sogar. Okay, komm mal hoch. Und zwar werde ich die Tunnel erweitern für die Stromleitung, um die neuen Lampen zu machen. Ich war mal so geistfrei und hab schon mal ein paar Löcher gesteckt, bis du hier rechts runter guckst. Guck hier, da siehst du so ein Loch, damit ich weiß, wie weit ich gehen kann. Okay. Ja, ich werde weiter an unserem Pferdestall und äh, wie heißt es, ähm? Und dafür werde ich mir übrigens einen Diamanten klauen. Okay. Und mir eine Diamantenschaufel machen und die verzaubern. Du spinnst wohl. Äh, nein, ich werde an dem Pferdestall weiter bauen mit, mit, was kommt denn da rein, Andi? Okay. Was kommen denn in unsere Pferde noch mit rein? Äh, Maulesel. So. Genau. Packesel oder Maulesel, wie man die nennen möchte. Genau. Die werden... Und Pferde. Und Pferde, die werden da mit reinkommen. Hab vorhin schon ein bisschen probiert. Sah ganz gut aus. Ich hoffe, dass ich es wieder so umgesetzt bekomme. Werden wahrscheinlich viel Farben gehen müssen und dies und jenes. Aber, ja, abwarten und Tee trinken, würde ich sagen. Äh, ja. Äh, wir werden probieren, immer nebenbei mal ein paar News zu erzählen. Mit euch in dem Sinne oder ich mit Andi darüber diskutieren werden. Äh, ja. Ja. Manche Leute fanden es cool. Es haben sich dazu welche geäußert. Also werden wir das auch nebenbei machen. Aber ihr könnt jetzt nicht damit rechnen, dass wir jetzt in jeder Folge irgendwelche News erzählen. Ne, ne, ne. So auch nicht. Äh, das wird nicht klappen, Leute. Weil wir produzieren manchmal Material für über eine Woche. Und so viel News gibt es gar nicht. Ne. Das stimmt. Deswegen können wir auch relativ nur am Anfang dieser Season über Neuigkeiten quatschen. Weil wenn wir das dann am Ende machen, dann habt ihr das schon alle eine Woche gewusst. Genau. Und dann ist das Thema auch schon wieder out. Dann lohnt sich das auch nicht darüber noch zu sprechen. Genau. Und aus dem Grund fangen wir auch gleich an über ein Thema zu reden. Und zwar Call of Duty Community voller Arschlöcher. Oh. Werden sich jetzt manche Leute denken, was ist denn da los? Was da los ist? Ja, da drohen die Leute den Mitarbeitern mit Morden und was weiß ich nicht alles, Leute. Also es ist doch ein asoziales Verhalten. Also jetzt bitte. Also wenn das auch jemand lustig findet, ich glaube der hat zu warm geduscht, oder? Oh ja. Also keine Ahnung, wie man auf so eine dämliche Idee kommen kann, den Leuten eine Morddrohung an den Hals zu hängen. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, was manche Leute heutzutage gefressen haben. Also... Kein Respekt, würde ich mal sagen. Nein. Nein, einfach... Ja, jetzt machen sie manche Waffen einfach schlechter. Wegen den Balanced einfach. Also weil die ja das alles balancen müssen, die Waffen. Was ja auch in dem Sinne logisch ist. Es bringt keine OP-Waffe. Was? Alle Waffen müssen eigentlich gleich stark sein. Wäre bei Battlefield auch total im wahr, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh doch, höre schon nicht schlecht. Aber... Sie machen es halt, dass sie versuchen, die ganzen Sachen zu balancen. Was ich für jemand, der kein Battlefield spielt, äh kein Metal, kein Black Ops 2 spielt, äh akzeptabel finde und eigentlich auch richtig findet. Äh... Klar regt man sich in dem Sinne auf. Ich habe mich auch aufgeregt, wo sie bei Battlefield auf einmal die F2000 entschärft haben und all sowas. Klar... Ja. Klar regt man sich darüber auf. Aber... Leute, kommt, streckt mal ein bisschen euer Grips an. Und man drückt doch keinen Spielentwickler in eine Morddrohung rein. Außerdem, manche Leute vergessen, sie melden ihren Account mit ihrem richtigen Namen an. Und wenn man über Facebook schreibt mit seinem richtigen Namen... Aua! Aua! Ihr wisst, wenn man jemandem eine Morddrohung gibt, kann man dafür in den Knast gehen. Auch... Oh ja. Als Jüngerer, ja? Es gibt einen Jugendknast. Jugendstrafenstalt. Genau, ich wünsche den Leuten viel Spaß. Oh ja. Ganz ehrlich. Ja, ich möchte da nicht drinnen landen, wenn ich ganz ehrlich bin. Kohle! Gib mir Kohle! Also... Keine Ahnung, wie die Leute auf so eine dämliche Idee kommen können. Muss ich jetzt wirklich mal sagen. Gut, das ist eigentlich kein Thema, wo man jetzt richtig drüber diskutieren kann. Man kann eigentlich nur sagen, wie dumm ist unsere Jugend wieder. Ja, wieder mal. Wieder mal, genau. Über was anderes kann man da eigentlich gar nicht drüber reden. Ne. Ähm... Dass wir mal grad wieder übelst den Vogel abschießen damit. Ja. Gut, es ist ja nicht nur die Deutschen, es sind ja alle allgemein gewesen, ne? Die sich dadurch aufgeregt haben. Aber ich will jetzt hier nicht unbedingt über andere Länder lästern, sondern wir sollten uns erstmal an unsere eigene Nase fassen. Und wenn wir das gut gemacht haben, dann können wir über andere Leute lästern. Richtig. Und zur Zeit sollte Deutschland sich nicht so weit aus dem Fenster hängen. Äh... Das auf keinen Fall, ne? Ah, ich hab gut gelernt hier. Habt ihr das gesehen, Leute? So langsam wirkt Adventure Map bei mir. Ich kann von einer Ecke in die andere springen, ohne zu sterben. Oh, der Wahnsinn. Ja, ne? Ja, kannst du mal sehen, Macker, was du nicht kannst. Naja... Hahaha... Hahahaha... Ähm... Ja, ihr müsst natürlich jetzt auch damit rechnen, Leute, dass es... Ähm... Weil wir jetzt... Ja, dieses Thema ist jetzt eigentlich... Ja, ich weiß nicht, was ich da großartig drüber reden soll mit euch. Ich wollte das einfach nur mal ansprechen, dass man einfach sagen muss. Leute, strengt vorher euren Kopf an, was ihr schreibt. Nur mal so. Absolut, ja. Also, ich hoffe nicht, dass es bekannte Leute gemacht haben, die hier sitzen, sondern... Haltet euch ein bisschen zurück, was ihr schreibt. Wenn man seine Äußerung über die Politik sagt, das darf man alles machen. Man darf nur nicht die Leute beleidigen. Ja... Weil, wenn ein dummer Politiker einfach hier mal reingeschaltet hat, dann hat man echt ganz schnell die Arschkarte. Weil ihr möchtet ja auch nicht beleidigt werden. Eine ganz einfache Logik ist das. So, wir gehen jetzt ein bisschen Fichtenholz farm. Oder wir gehen noch mal gucken, ob wir noch was haben. Müssen wir erst mal schauen. Ähm... Ja, allgemeinen Beleidigungen sollte man sich sowieso allgemein im Internet sehr zurückhalten. Ähm... Und nicht immer so eine große Klappe haben. Gerade, wenn meistens die große Klappe sowieso nach hinten losgeht. Richtig. Ja, weil derjenige, der vielleicht hinten am anderen Ende sitzt, Das hat vielleicht ein bisschen mehr... Einfluss, wie manche Leute dann vielleicht denken. Oh! Gerade so ein großer Spielhersteller wie... Äh... Wie Battlefield, Leute. Sollte man nicht unbedingt unterschätzen. Ja, wir haben leider kein Fichtenholz mehr. Dann gehe ich gerade was farmen. Das gehört jetzt wieder halt dazu. Äh... ja. Ja, also auf jeden Fall, Leute. Konzentriert euch ein bisschen. Haltet euch ein bisschen... Im Rahmen. Und übertreibt sich mit euren... Großmauligkeit. Auch wenn ich hier zum Beispiel immer auf diesem Channel sage, Jeder darf seine Freiheit sagen. Jeder soll seine Freiheit sagen. Aber eine Morddrohung jemanden an den Hals schicken. Keine Ahnung. Das macht man einfach nicht. Das ist das allerletzte. Ja. Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich eine Berühmtheit wäre, so wie Gronkh, sag ich jetzt mal, und ich würde eine Morddrohung kriegen, würde ich die Polizei einschalten. Sofort. Also bin ich ganz ehrlich, weil damit ist einfach heutzutage nicht mehr zu spaßen. Ne. Ja, und äh... Ich möchte nicht wissen, wie oft dieser gute Mann, der wirklich ein sehr netter Mensch ist. Zumindest kommt er ja einem so rüber. Äh... Was klickert denn hier so auf einmal? Aber das Licht ist angegangen. Ach so. Äh... Ja. Auch der hat keinen Bock, sich in dem Augenblick damit auseinanderzusetzen. Und man muss überlegen, er ist nur bekannt durch Let's Plays. Und dann überlegt man, was für einen Einfluss so ein Spieleentwickler hat. Gerade zur Zeit, wo die Spieleentwickler mehr Geld verdienen, wie manche Filme. Oder... Oh ja. Die Spieleindustrie verdient sowieso mehr Geld, wie die, äh... Filmindustrie. Und daher sollte man sich etwas zurückhalten. Genau. Ja, wir werden jetzt hier versuchen, so viel zu farben wie möglich. Aber wir werden uns gleich erstmal auf den Weg zurück machen. Es wird dunkel. Und ich habe keine Fackel mit. Und ich möchte nicht, dass ihr gleich wieder sagt... Oder später schreibt... Öh... Es ist alles dunkel. Eine kleine wichtige Ankündigung habe ich. Der Spawny wird jetzt immer mit dem Namen Glabur schreiben. Und wird dann halt immer unten... Äh... Mit freundlichen Grüßen Spawny. Genau, mit freundlichen Grüßen Spawny. Äh... Ja, wenn dieses freundliche Grüße halt da nicht drunter steht, dann bin ich's halt. Und sonst ist es der Spawny. Genau. Äh... Ja, ich geh schlafen Andi. Sag Bescheid, wenn du im Bett liegst, ich lock mich daneben aus. Ja. Oder jetzt da hochzulaufen jedes Mal. Das dauert einfach zu lange. Also wir wollen auf jeden Fall das so beibehalten. Vielleicht haben es manche Leute schon gemerkt, dass wir viel mehr Kommentare beantworten. Äh... Ja. Wenn der Spawny natürlich Zeit hat, kann das sein, dass er... Kann sich auslocken. Äh... Abends online kommt und dann rattert er irgendwann abends die ganzen Kommentare durch. Ähm... Ja. Und dann wird das in dem Sinne geklärt sein. Ist noch nicht hell, Andi. Du musst noch mal offline gehen. Dann lagst du noch nicht im Bett. Doch. Jetzt geht's. Ja. Ähm... Ein Schwarzbild in das Bild. Auf jeden Fall... Ja. Ist das die neue Änderung? Also er wird jetzt nicht mehr mit Spawny antworten, weil... Äh... Wir sind beide derselben Meinung, dass wir sagen... Ja, die neuen Leute wissen ja gar nicht, dass der Spawny... Äh... Vielleicht jemand ist, ja, der hier mitmacht. Genau. Und aus dem... Um Missverständnisse gleich aus dem Weg zu schaffen, dann... Treibe ich direkt mit Glabur. Genau. Und schreibe dann halt runter, dass ich das bin. Ja. Und so... Würde ich sagen, ist es auch ganz okay. Ey. Also... Könnt ihr ja auch mal sagen... Äh... Ja, manchmal ist es gar nicht so leicht, auf manche Kommentare zu antworten. Wenn da zum Beispiel steht, ja, echt cool... Äh... Jedes Mal Danke schreiben. Keine Ahnung, Leute. Damit kann man auch, äh... 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 Ich bin zur Zeit einfach happy, dass die Leute immer noch im Sommer bei uns gucken. Weil wir hätten eigentlich gedacht, es gibt den absoluten Einbruch bei uns. Ja. Aber so weit ist es gar nicht runtergegangen. Wenn wir ganz ehrlich sind. Ist es ja auch nicht, Andi. Es ist äh... Akzeptabel. Ja. So... Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt farben soll, Leute. Ich farme jetzt einfach mal. So viel Holz brauchte ich eigentlich gar nicht. Fichtenholz. Aber ich hab keinen Bock. Aber ich hab keinen Bock. Später... Sammle mal ruhig so ein Steck hier. Dann diesen neu selbst gebastelten Wald. Den kannst du ja ruhig abruhen erstmal. Den kannst du ja dann durch die Setzlinge dann dann ersetzen. Ja, ich hab jetzt überlegt, ich haue jetzt meine Axt hier durch, bis sie kaputt ist. Ja. Genau. Oder so. Und dann sollte es reichen. Die ist schon rot. Ja. Ja. Ja, darum werden wir uns natürlich auch noch kümmern. Und wir haben auch gesagt, in unserem Park, den wir gebaut haben, fehlen uns auch ein paar Blümchen und sowas. Das werden wir auch alles machen. Aber... Ich glaube, wir müssen uns wirklich mal einen Besucher holen. Oder eine Besucherin. Also mein Traum wäre ja mal, Hannibal hier reinzuholen. Ich werd die mal anschreiben, glaube ich, Leute. Ich glaub, die werd ich niemals bekommen. Aber weiß man nicht. Die ist eigentlich so sozial eingestellt. Na, wenn dann holen wir die Gronkhram hier. Ja, Gronkh, natürlich. Wir holen Gronkh. Ich sag, mit dem sitzen wir jeden Abend in der Cafeteria und trinken erst ein paar Pilz. Ja, richtig. Äh... Nein, Milch. Heißt das ja bei denen. Ja, wir gehen jetzt gerade so eine neue Axt machen und dann können wir weiterbauen. Äh... Ja, wir werden gucken, wie wir das hier mal machen. Wir möchten auf jeden Fall mal Besucher haben in Minecraft. Aber... Puh, jetzt im Sommer, Leute. Wer will denn wir dann vor dem Daddykasten sitzen? Na, ich. Außer solchen Vollidioten wie wir. Hehehehe. That's right. Einen anderen, äh... Ausdruck hatte ich dafür jetzt nicht, wenn ich gerade ganz ehrlich bin. Das kann man dazu, glaube ich, auch nicht sagen, ne? Ne, ne? Wir sitzen jeden Tag, Leute. Also, wir können gar nicht ohne. Ne. Ah, du hast schon so einen leckeren Mückenstich am Hals. Wunderschön. Ah, lecker. Dann hören wir es ja heute wieder richtig oft klatschen, Leute. Ja. Ich hoffe nur, dass ich das so hinkriege, wie ich dem Andi das gezeigt habe. Ich glaube, dann könnte das sehr cool aussehen, Andi, oder? Was machst du, wenn ich das so hinbekomme? Auf jeden Fall. Wir haben ein bisschen vorgebaut, kann man sagen, nicht alles. Ein bisschen geübt, wie man das in dem Sinne baut. Weil ich muss ehrlich sagen, mich hat das letzte Mal angekotzt, dass ich mich hier rangewagt habe. Und, ja gut, das wieder weg, das wieder hin, das wieder weg, das wieder hin. Das war etwas nervig. Auf jeden Fall freut es uns zur Zeit, dass wir so viel Feedback bekommen. Das, was wir, ja, in dem Sinne viel besser machen, mit, mit, äh, halt mit manchen Sachen, wie jetzt hier in Minecraft manchmal ein Thema anzusprechen und dies und jenes. Ja. Haben wir uns sehr gefreut, dass da auch, dass da auch jemand interessiert, dass wir überhaupt darüber sprechen. Genau. Darum geht es ja. Und, dass wir halt jetzt zur Zeit auch viele Abstimmungen machen. Äh, ich kann immer nur noch sagen, Leute, vergesst nicht auf Facebook zu gehen. Wir werden bald streamen, das steht fest. Ähm. Wir müssen nur gucken, wie wir das machen. Oder, auf wo wir hingehen. Das ist zur Zeit eigentlich unser Problem, glaube ich. Auf welchem Channel wir wirklich streamen werden. Genau. Genau. Ob wir halt bei YouTube probieren zu streamen oder nach Tweets heißt es, Andi, ne? Genau. Genau. Oder ob wir halt da streamen werden. Vielleicht hat ja jemand von euch ein bisschen Erfahrung, der uns empfiehlt. Geht lieber dahin, da ist mehr Leistung. Äh. Ja. Wäre ich vielleicht mal sehr dankbar, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Weil wir haben so eine kleine Idee, um allen Leuten vielleicht gerecht zu werden. Ähm. Müssen wir halt mal schauen, ob wir das wirklich geschissen bekommen. So. Haben wir hier noch Pflastersteine? Oh, ne, Andi. Das ist doch das Problem, was wir doch vorhin uns darüber unterhalten haben. Wegen meinem Bau hier auch. Wegen dem Umwandeln. Ja, du musst unten die ganze, äh, ganze Dingens updaten, ne? Äh, umbauen. Ja. Und 13 Stück haben wir noch. Und du kannst natürlich an unsere Maschine gehen. Ja, ich finde auch kein Weg dran rum. Ja. Ja, wir sagen auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten bei Minecraft. Nächstes Mal geht's dann los mit Themen, über die wir die auch diskutieren können. Erste Folge ist halt auch immer warm werden und über aktuelle Sachen, die bei uns auf dem Channel halt betrifft. Oh. Äh, mal ein bisschen anzusprechen hier bei Minecraft. Ja. Wir sagen auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge bei Minecraft. Tschüss. Tschüss. Tschüss.